Und damit herzlich willkommen zurück zu Ori and the Will of the Wisps. Ich wollte nur gucken, ob wir hier... Ah ja, wir können das bauen, genau. Daran konnte ich mich noch irgendwie erinnern. Jetzt können wir hier die Lichterung säubern oder die... Ja, wiederherstellen mit dem Behausung, eh? Ich würde sagen. Und hasst dich, ich werde mich gleich darum kümmern. Mach das mal. Die Moki-Behausungen sind fertig. Und jetzt, da sie vom Gorlec-Hand gefertigt sind, werden sie noch lange Zeit bestehen. Willst du mir bei einem weiteren Projekt helfen? So. Äh, ja, würde ich echt, echt mega gerne. Was ist das denn hier? Ein wenig... Okay, haben wir recht. Bauen jetzt nur die halbe... Und ein wenig Dekoration, okay. Okay. Dächer über den Köpfern. Ah. Okay, das heißt, hier gibt es noch mehr. Hier würden die Dornen mal entfernt werden. Das wäre natürlich sehr geil. Ich will auf jeden Fall alle. Genau, Grom. So, ich weiß nicht mehr genau, wie die Stimmen waren. Ich versuche, sie so hinzubekommen, wie ich ihn einfach denke. Okay. Ich war... Die einzige Stimme, die ich noch ganz sicher weiß, ist die von dem Typen hier hinten da. Von ihm hier. Die weiß ich noch ganz genau. Wir waren auf jeden Fall letztes Mal in diesem Dungeon hier. Genau, hier haben wir noch die neue Quest bekommen. Von Tog, glaube ich. Genau, Togs Kompass. Und wir mussten hier jetzt eigentlich weitermachen. So, und wenn wir hier in dieses Ding reingehen, kommen wir wahrscheinlich hier hin. Und wenn wir da oben reingehen, kommen wir da hin. Da müssen wir auch hin. So, wir können aber noch den Schrein vorher machen. Weil der ja gerade auf dem Weg liegt, kann man das eigentlich noch schnell vorher machen. Da liegt noch eine Kugel oder so. Sie ist denn hier unten, oder ist die... Wo ist die? Ach, die ist hier unten drin, ne? Stimmt. Ach ja, stimmt. Die hat jetzt eine Behausung. Hey! Krom hat eine gute Hütte gebaut. Und eine gute Hütte ist ein gutes Zuhause. Wenn du nach Osten gehst, sag bitte meiner Familie, dass ich ein neues Zuhause gefunden habe. Ja? Sie leben im stillen Wald. In der ersten Hütte, ganz nah beim Eingang. Ich werde dich für deine Hilfe auch entlohnen. Du wirst diesen... Und du wirst diesen Schlüssel brauchen. Der Wald ist nicht sicher. Nicht mehr. Schlüssel zur Hütte. Du hast einen Quest-Gegenstand gefunden. Mit diesem kleinen Holz-Schlüssel lässt sich eine Hütte in der Nähe des Stillwaldes aufschließen. Wie geil! Quest aktualisiert. Ja, ich würde dir die Quest-Details... Ach, du Scheiße. Ja, da können wir leider noch nicht hin. Darin brauchen wir auf jeden Fall eine neue Fähigkeit, um da hochzukommen. Obwohl, man könnte auch hier theoretisch hier oben lang, ne? Obwohl, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Okay, da können wir auf jeden Fall noch nichts weitermachen, leider. Können wir auf jeden Fall hier Backtracking theoretisch betreiben, aber ich glaube, ich würde eher mal sagen... Was ist denn das hier? Ach ja, finde eine Abenteuerin, die... Ja, ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Ich stehe, wir haben den Triple Jump, ne? Wow, 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 gut gemacht. Hast du toll gemacht. Sind da oben, kamen wir nicht dran. Du musst dich noch ein bisschen an die Steuerung wieder gewöhnen. Aber okay. Ach. Möchtest du vielleicht eine Geister-Splitter veredeln? Oder vielleicht einen ganz neuen Splitter kaufen? Ich schaue mir da die Splitter mal an. Dreifachspro, ja, den haben wir schon. Maximale Gesundheit, Überladung. Wir lassen zwei zusätzliche... Ja, wow. Kann man die auch bei... Natürlich. Ja, warte mal. Ich will die Verbesserung mal... Kann ich mal verbessern? Haben wir schon... Fügegegnern 50% des erlittenen Nachkommsschadens zu. Aha. Gesichtslosigkeit, Magnet. Eigentlich können wir den mal hopp. Mach den Magnet, den haben wir eh aktiv, gerade. Weniger Schaden kann man auch machen. Komm. Machen wir einfach mal. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich brauche aber noch was. Zeig mal her. Obwohl, nee. Lass mal, lass mal. Brauchen keine neue Fähigkeit gerade, glaube ich. Ne, unsere... Drei aktiv. Die können wir bald nochmal hochpusten. Dann haben wir 30% weniger Schaden. Das ist schön. Hauptgeld. Ach, das sind die, die noch übrig sind. Okay. So. Ach, hier oben ist auch was. Du bist so weh zu betreten. Oh, cool. Ah. Cool. Für die schöne Hütte, die er hier gebaut hat, ne? Da hat der Grom aber richtig gute Arbeit gemacht. Aber sonst ist die nichts zu kennen. Tschüss. So schön. Da oben auch. Da oben komme ich aber noch nicht hin, ne? Okay. Ich muss jetzt mal auf die Karte gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Denn ich bin... nicht mehr ganz sicher. Doch, wir müssen einfach hier lang, bis zu dem Wasser kommt, da nach oben und dann gerade nach oben. Ach, ihr schon wieder. Hi. Tschüss. Oh, ich kann mich daran halten. Okay, das war ein bisschen um. So. So, da oben. Ach, ja, wir haben die neue Fähigkeit. Stimmt. Tschüss. Tschüss. Aua. Ich glaube, hier ist es richtig, oder? Ist das richtig? Ja, aber da ist noch eine... Ach, da komme ich nicht ran. Scheiße. Da komme ich noch nicht ran. Okay, dann müssen wir einfach... Denk ich mal hier hoch. Ach, die ist schon wieder. Ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Ah, da ist er ja schon. Ach, nein, das ist wieder so ein... Oh, nein. Wie gegen Heilung auf... Ach, okay. Eva Bogen. Ich nehme, hier kommen wir noch neue Sachen. Ach, die Wache. Ja, die nutzt sich aber gar nicht irgendwie. Ich muss nur mal ganz kurz was trinken. Mein Mund ist so trocken, ey. Oh, Robert. Ja, das ist besser. So, Kamm schreien, beginn. Ja. Was ist das? Was ist das? Für diesen Stark. Okay. Verwachte mal. Ey. Das wollte ich noch gar nicht. Tschau. Tschau. Alter, ist das ein mieses Vieh. Tschau. Milo. Milo. Ob ich das Läuft Boah, beide getroffen Perfekt Ciao Das war nice Ab und zu früh geschlagen, oder? Er ruhig ist freigeschaltet Zum Platz in voll Und heller schreien Beides 40 von 100 Okay Du kannst jetzt mehr Splitter anlegen Oh yeah Und ich würde sagen Oh, das ist geil Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt Ah nee Das ist eigentlich auch cool Das ist nur nahkam, schade Das ist natürlich auch schön Und was war das? Ja, mehr Geld, aber auch mehr Leben Nö, wir lassen das mit den Lebenskugeln Ist schon gut so Was, war hier noch irgendwas? Ah ja Guck mal hier Nichts? Echt? Doch, hier Hier ist was Aha Fuck, mit deiner Lebenszelle Wir haben einen Läden bekommen, oder? Ich glaube, damit haben wir alles hier Yes Sag mal, hier waren wir noch gar nicht, oder? Ach stimmt Ah doch, hier waren wir doch Hier ist die Bühne, ne? Ah ja 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 I remember Da waren wir drin Aber da Ist noch eine Lebenszelle Da oben müssen wir hoch Okay Gut gehabt Natürlich Als ob ich das blöde Mist Wieso erwischt Au Das hier hat mich einfach erwischt Das tut so weh Oh mein Gott Hi Da Äh Warte mal Ich kann doch nicht Ich muss doch gar nicht hier rein, oder? Oh, ich hätte da hinten nur reingeworst Bist Aber hier ist nichts, oder? Ne Au Mach mal Eino Und kaputt war Okay Wir müssen irgendwie hier hoch Boah, glückhaft Ich denke mal Wir müssen hier rein Das sieht so schön aus Das sieht echt mega aus So Moki Hey Das Erkunden des Unbekannten Ist gar nicht so einfach Vor allem ohne eine Tasche Um Oh Das ist eine sehr große Tasche Die du da hast Ob ich sie wohl haben dürfte Oh, vielen Dank Hier Ich gebe dir dafür Meinen alten Kräuterbeutel Der Beutel ist alt Aber die Kräuter sind frisch So frisch Cool Was hat er noch ein Quiz Gegenstand erhalten Nice Für die jemanden, der die Kräuter gebrauchen könnte Oh Oh je Wie könnte da denn in Frage kommen Wie könnte da denn in Frage kommen Hat er die Kräuter braucht Und der die Kräuter braucht Da ist ein Moki Da ist ein Moki Irgendeiner von denen wahrscheinlich Die da oben, ne Hier die Die braucht den Die hat da ganz viele Kräuter stehen Da erinnere ich mich noch dran Doch, 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 doch Da mussten wir irgendwie Konnten wir da nicht hoch am Anfang Und dann sind wir irgendwie doch hier hochgekommen Mit dem Triple Jump Und dann haben wir mit ihr geredet Und hier war die Energiezelle Die noch nicht da war Genau Die hat ganz viele Kräuter gehabt Dann muss das eigentlich schon ihr sein Also wäre gut für sie Glauben ich Aber warum kann ich hier hoch? Okay Ich bete, wird sich das Ding vielleicht auch noch drin Das kann natürlich sein Wir müssen wieder So Hi Ich gehe jetzt mal hier über Alles Kann ich dich kaputt machen? Auch von der anderen Seite geht es auch so Das ist lustig Aua Ich verstehe Ich verstehe, was man noch muss Warte, man muss hier rein Dann muss man hier runter Dann muss man hier runter Ja, perfekt Da kann ich nicht rein Habe ich gar nicht gesehen, dass da so ein Lebensding war Ich denke mal, wo es jetzt Was passiert denn, wenn man jetzt hier außen rum geht? Oh Gott Äh Ich verstehe, was sie wollen Okay, warte Warte mal Ich gehe zuerst nach unten Ach Hä Das ist ein alter Boss Oh Gott Oh was bist du denn? Achso, warum wieder? Ein Gorleck So Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber OBS ist gerade einfach abgestürzt. Ohne Grund. Und ich konnte gerade nicht über meine Quelle das Spiel aufnehmen. Ich musste die Quelle nochmal neu löschen und eine neue erstellen. Dann wieder das Spiel hinzufügen und dann hat er die wieder fokussiert. Hä? Aber was ist das denn? Also ich hoffe, ich muss gerade mal in OBS reinschauen, weil ich habe keine Ahnung. Doch, doch, der macht das, was er machen soll. Er macht das, was er machen soll. Übrigens habe ich die Aufnahmen jetzt auch auf WQHD gestellt. Ja, vorher stand die tatsächlich immer nur auf FullHD. Jetzt steht sie auf WQHD, also seit dieser Folge. Das macht jetzt kein Problem mehr. Also ich habe, oh, es müsste wieder fokussiert sein. Also, wir sind natürlich mitten im Kampf. So, ich hoffe, das klappt jetzt alles wieder. Hat funktioniert, glaube ich. Aber es war komisch. Oi! Was für ein altes Labyrinth diese Mühle doch ist. Aber jetzt ist nicht die Zeit zu trödeln. Der Weg ist weit. Ich will an Wissen gelangen. Und du musst eine Mühle reparieren. Und deine Freundin finden, wenn ich dich recht höre. Viel Glück. Keine Zeit zu verschwenden. Schön. Ich weiß nicht mehr, was deine Stimme wacht. Sorry. Oh, nee. Komm. Da. Down. Okay, der Riedendraht dreht sich. Das heißt, alle anderen kleinen Ränder drehen sich auch. Nice. So, ich gönne mir hier... ...den hier. Ach, so diese Bücher. Ah, deswegen ist er hier hingekommen. Okay, äh... Ist das... Ist das ein bisschen zu laut hier? So, Oli muss man echt leise stellen, damit es nicht zu überlaut ist. Das habe ich am Anfang nicht gemacht. Aber jetzt habe ich sie. So, was haben wir denn hier? Irgendwas Secret-mäßiges? Nö, da oben. Ah, hier oben müssen wir auf jeden Fall da rein. Hä? Warum dreht sich das Rad nicht mehr? Hä? Warum dreht es sich nicht? Ich dachte, es dreht sich nicht mehr. Es dreht sich nicht mehr. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ha. Achso, hier kann man sich ja auch nehmen. Oh, das war jetzt eine Schlussreaktion. Das ist noch funktioniert. Ohne Schaden. Okay. Von hier kann ich das natürlich jetzt... Ach, nö. Stab, aber einfach. Hatcher. Okay. Nice. Gut, dann haben wir... Oder unten geht es noch weiter. Ich gehe hier runter. Wow. Das war knapp. So, hier müssen wir noch rein. Da oben kann ich nicht lagen. Bin ich hier rein? Ah, ha. Okay. Was? Kann ich hier runter? Ah, nein. Ich habe mich gerade gefragt, was das hier ist. Aber es ist nichts. Au. Okay, Hebel. Was heißt das? Wisse ich jetzt andersrum. Oh, okay, das ist noch ein Riesenrad. Okay, das ist noch ein bisschen größer. Oh. What? Äh, das hat sich komplett gedreht gerade. Ach, hier ist trotzdem der Anfang wieder. Und ich hoffe, ich habe nichts geskippt dadurch. Ich hoffe mal nicht. Ach, Sachen. Steuerung hapernd. Aber hier ist auch Moos draus, sehe ich gerade. Was ist denn oben? Die Kamera geht so schön runter. Dann gucke ich immer mal nach oben. Da ist aber nichts. Ach, das sind diese Laserdinger. Okay. Ach, hier war noch ein Ding. Tschüss. Okay. Hat ohnehin funktioniert. Da unten kann man... Ist das denn immer noch der Sieg-Traum hier? Ja, ist es. Au. Ach, zum Glück können wir uns hier festhalten. Was ist denn hier? Toll. Ich dachte, ich könnte da draufstehen. Also das... Ja, okay. Ist das gut, den jetzt zu drehen? Hehehehe. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ah, da war wieder so ein Spür-Sound. Leider. Toll. Ich habe nicht gesehen, dass man da nicht hin kann. Ich weiß gar nicht, wie lange die andere Aufnahme war, die ich gestartet hatte. Ich muss mal ganz kurz raus-tämmen. Um zu gucken. So, komm. Yes. Kommen wir hier runter. Wir müssen wahrscheinlich hier runter. Ähm... Ja, sieht so aus, hä? Boah, war knapp. Hi. Au. Toll. Heilung. Ach, hier war ein Hebel. Und die letzte Drehung, hoffentlich. Aha. Okay, das scheint richtig gewesen zu sein. Was ist denn das denn? Das sieht mir doch sehr nach Secret aus. Ah, ha, ha, ha. Yes. They swore a good secret. Da oben ist... ...auch noch irgendwas. Ups. Hier irgendwas drin? Nichts? Wie fahre das? Ah, ich muss hier runter. Unten. Okay. Nach unten. Und jetzt. Das Dreh ist immer noch da unten. Ach klar, das dreht sich ja nicht mit. Wow. Weg. Juhu. Hi. Hi. Hier noch irgendein Secret? Nichts. Ebel kann ich auch nicht betätigen, oder dann? Oh Gott. Ich vergesse immer, dass diese... ...Dinger mich ja wegschleudern. Secret? Ich bin aller Secrets. Okay, hier dachte ich mir nicht. Hi. Oh Gott. Cool, da. Ah, siehst du? Da ist ein Secret. Seht ihr das da? Da drin? Da kann man irgendwie rein. Okay, da unten ist aber nix. Und scheinbar. Aber wie komme ich da rein? Da kommt man irgendwie rein. Aber wie? Ach so, warte mal. Warte mal. So. Hä? Kann es sein, dass wir da nicht reisen? Hä? Was ist das denn? Ich glaube, das ist nur ein Bug, oder? Ich glaube, wann soll ich da hinkommen? Warum auch immer? So. So. Du bist jetzt. Mal schön abpassen, alles. Hallo, ich wollte da oben. Hab' hier schon mal? Ah, das war ja okay. Hier ist ein Müll gefahren. Und... Hallo, ich hole mir das Rahmen. Hä? Das lässt mich nicht. Was ist das denn? Alter, was war das denn? Das nahm mich nicht an. Hopp. Doch. Yay. Jetzt dreht sich hier dann auch alles. Und oben öffnet sich's. Nice. Da oben ist bestimmt sie gut. Ja, das sieht... Das sieht's dir dann auch aus. Was ist denn hier oben? Da oben kann ich mich gar nicht festhalten. Okay, dann kann ich mich rein. Ich muss hier rein machen. Scheinlich. Toll. Nicht. So, jeder. Aha. Muss ich denn nach unten raus, aber ist das eher... Aha, da ist mein Secret. Was ist denn das überhaupt? Hä? Was ist das? Eisennadel. Request-Gegenstand. Zeig im Wasser... Zeig im Wasser nach Norden. Kompass. Ach! Klar, Kompass. Stimmt. Da war ja was. Ich hab mir noch eine Request hier drin gehabt. Okay, haben wir denn alles dann? Dann kommt... Ja, ich denke schon. Okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge... Geht's weiter mit der Mühle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.